Hallo Leute, hier ist der Lüge, euer Malko. Wir sind jetzt mal hier beim Tuchelsenbüchern und sind mit dem Götter. Das ist die Fähigkeit. Und hier. Und gut ist. Das Ding sieht aus wie ein 2 Meter zufüllen. Das ist total. Juhu! 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 Ciao! Juhu! 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 Wartensii die Sinaios! Ja, das ist falsch. Ja, das ist falsch. Ja, das ist falsch. Das ist falsch. Tee. John Hammons. Ich besitze eine Insel. Ein art Theologisches Reservat. Spektakulär. Ich habe keine Kosten gescheut, unsere Attraktionen, die die Kinder um den Verstand bringen. Wenn ich Sie dazu überlegen könnte, den Park quasi abzusegnen, kann ich meinen Leben noch einhalten. Was für ein Park ist das denn? Wer fällt in die Fachgebiete? Sie muss sich das Jumper sein. Also Sie beide oder die Dinosaurier aus? Was? Na ja. Wir versuchen das. Die Dinosaurier. Die Dinosaurier. Die Dinosaurier.